Ich bin Tomek, das ist mein Auto und nächste Woche, 28.29 Uhr, drehen wir endlich das Video zu unseren 1000 PS M5. BAM! Also Leute, ich habe euch nicht vergessen. 28.29 Uhr, sagst du? Jawohl! Ja, einer der schnellsten M5 Deutschlands. So Leute, damit das hier alles nochmal schön abgerundet wird, würde ich sagen, macht der Tomek gleich nochmal einen schönen Kaltstart an. Habt ihr noch ein bisschen was für die Ohren, klatscht euch noch ein bisschen was drauf. Alter Späde, was zur Hölle ist das? Alter Späde, was zur Hölle ist das? Heftig, 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 heftig. So Leute, ich glaube das reicht. Vielleicht Klangerlebnis erstmal. Und wir sehen uns auf jeden Fall 28.29 Uhr wieder und dann gibt es das ganze Video. Haut da rein! Also deswegen geht es das Video an, eben 1979 und europäische coding um. cet Koml wie dann? Das ist ihr mit ι Untertitelung des ZDF, 2020